So, also unsere Bank, Sie sehen es, ein bisschen Glamour kann nicht schaden und den haben wir noch als Zugabe sozusagen, als chinesisches Dessert, unsere Lichys jetzt. Wer in der grellen Glitzerwelt nämlich heute auffallen will, der muss sich wirklich gewaltig anstrengen, aber der First Lady in dieser Disziplin bescheinigen die Kritiker auch großes Können und musikalische Qualität. Inszenierung, Musik und Styling passen bei ihr perfekt zusammen. Bevor ich Sie Ihnen präsentiere, erstmal so einen kleinen Ausschnitt aus Ihrem Gesamtkunstwerk, kann sein, dass einige unserer älteren Mitbürger Sie nicht kennen. Das ist Ihr musikalisches Schaffen und dann habe ich Sie hier live in der Sendung. Bitte schön, gucken wir rein, was Sie sehen. Das ist Ihr musikalisch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Trotzdem hast du, und das interessiert mich, eine gewisse Vorliebe für Deutschland. Dich interessiert der Bauhausstil. Du liest, man glaubt es nicht, Rilke. Wie bist du auf deutsche Kultur, auf deutsche Architektur, auf deutsche Lyrik gekommen? Rilke ist für mich ganz wichtig, meine Bibel sozusagen. Ich habe auch hier ein Tattoo auf meinem Arm. Das habe ich mir stechen lassen. In der tiefsten Stunde der Nacht, frage dich selbst, ob du sterben müsstest, wenn es dir nicht erlaubt wäre, zu schreiben. Schau tief in dein Herz, wo die Antwort liegt, und frage dich selbst, muss ich schreiben? Hast du gewusst, dass Lady Gaga Rilke auf dem Arm hat? Damit kannst du bei Günter die Millionenfrage gewinnen. Man muss allerdings wissen, wer Lady Gaga und wer Rilke ist, sonst kommt man nicht bis zu einer Million. Das ist das vielgenehme Geschäft. Also ich habe ja auch viel Zeit in Deutschland verbracht, auch in Osteruropa. Und das Fame Monster, das neue, die neue Album, ist sehr beeinflusst von Gothic Industrial Music, gotischer Musik, die ich hier in Deutschland kennengelernt habe. Das war mir eine große Inspiration. Ich habe also ein Album geschrieben, auch selber produziert. Das ist ein Experimentieren mit diesen industriellen Klängen und der gotischen Musik. Und das geht natürlich als Geschenk an meine Fans. Und wir haben für die Fans in der Tat jetzt als Weltpremiere noch niemand hat das neue Stück gesehen, Bad Romance. Wir werden jetzt einen kleinen Ausschnitt, ein paar, ja, ein halbes Minütchen, aber dann wisst ihr zumindest, wie es weitergeht. Wir sagen euch gleich, wo ihr den Rest hören könnt. Ich kann das ja nicht alles jetzt einfach so rausgeben. Aber wir haben ein bisschen Bad Romance. Ihr könnt es nicht glauben. Ja, okay, hier ist es. Ich freue mich, lassen Sie uns das anschauen. Der neue Titel von Lady Gaga, Bad Romance. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh unglaublich als ich zur schule ging früher und noch jünger war habe ich mich irgendwie irgendwie ein freak gefühlt anders als die anderen und dann habe ich david bowie entdeckt und plötzlich dachte ja das ist es ja bei mir war das so harald schmidt ich habe fernsehen gemacht habe ich gedacht bist du der einzige dieses video das erinnert mich an diesen wo die einen film was schon immer über sechs wissen wollten ja immer das stimmt wo die sperrmännich abspringen weil sie abends haben eben im handtuch zu landen ja wissen wissen noch die kinofreaks und ja genau war ein bisschen den weißen anzug da unterwegs so hast du ein paar von den wetten gesehen ja einiges habe ich beobachten können aber ich bin ja auch geschminkt und hat mich gestylt das hat seine zeit auch gebraucht lassen wir jetzt mal gespannt wer heute abend der wett könig sein wird